Hätte ich zu meinem eigenen Glücke nicht hinlänglich begriffen, dass die sich auf Zweisamkeit beziehende Illusion, durchweg irrsinnig, abominabel, verstörend, ja selbstquälerisch, kurz komplett und ausnahmslos verrückt ist, so würde ich mit nicht gänzlich geringer Verwirrung, also gewissermaßen konstaniert, konstatieren, ich bin mit Haut und nunmehr schütterem Haar auf vollkommen romantische Art trotz allem in sie verlippt. Schöpfe 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 Untertitelung des ZDF, 2020